Hallo Leute, mal wieder ein neues Video von mir. Ihr erinnert euch ja sicher an das Unboxing und First View Video von meinem Amazon Fire TV Stick. Dazu gibt es jetzt quasi eine Fortsetzung. Der Robert Graf hat mir in den Kommentaren die Frage gestellt, ob man vielleicht mal mein gesamtes TV-System zeigen könnte. Es würde, Zitat, abenteuerlich aussehen und damit hat er auch recht. Es ist ein recht umfangreiches System mittlerweile, also nicht so dieses übliche Setup, was man so hat, aus TV, Sat Receiver, Videorekorder und vielleicht einem 5.1 Receiver. Ich habe da halt noch ein paar mehr Sachen dabei und das Ganze halt auch recht abenteuerlich dann verkabelt und das würde ich euch dann jetzt gerne in diesem kleinen Video mal zeigen. Und da würde ich einfach mal sagen, viel Spaß. So, ich sitze jetzt hier an meinem TV-Setup. Wir fangen einfach mal von oben nach unten an. Wir haben hier also erstmal die schöne Flimmerkiste. Ist von Telefunken, hat einen extrem langen kryptischen Namen, den ich jetzt auch nicht unbedingt auswendig merken wollte. Ich erkläre euch einfach mal grob die Specs, also ist jetzt nicht gerade das neueste Modell, ist ein 32 Zoll, relativ dicker Rahmen. Full HD, immerhin, 1080p, war mal im Angebot bei Saturn und hat eigentlich alle wichtigen Eingänge, die man so braucht. Die zeige ich euch dann ja gleich, also HDMI, Komponente, SCART und so weiter. Hat noch keine Smart-TV-Fähigkeiten, also ganz normales Fernsehgerät mit integrierten DVB-T, welches ich nicht nutze. Ja, dann haben wir hier einen Onkyo Center-Lautsprecher, der war in so einem Bundle dabei, bei so einem 5.1-Set eben auch mit dem Subwoofer dazu. Habe ich die Bezeichnung jetzt leider auch nicht mehr genau. Ist halt gut für einen Einstieg, weil preislich liegt es so um die 150 Euro. Aber habe ich ja jetzt, die Frontboxen zumindest, habe ich jetzt schon ersetzt durch die Heco-Lautsprecher, von denen ich euch die Videos gezeigt habe. Was qualitativ natürlich einen riesen Unterschied macht. Und als nächstes hätte ich dann auch gern die Centerbox ersetzt, aber dauert halt noch ein bisschen. Hier links habe ich euch ja in dem Video von dem Fire-TV-Stick auch schon gezeigt. Mein WDTV-Livehub ist auch nicht mehr ganz das neueste Modell. Immerhin kann man es für Medien-Streaming, gerade Netzwerk-Streaming, eigentlich noch sehr gut benutzen. Ist halt nicht sehr schnell. Gerade bei der YouTube-App merkt man das halt schnell, wenn man da eine Suche eingibt. Das dauert halt irgendwie mal ewig lang, bis da mal Vorschläge angezeigt werden. Das Ganze wird ja jetzt von dem Fire-TV-Stick ersetzt, deswegen ist das Gerät hier eigentlich nur noch als zusätzlicher Media-Server. Der hat eine integrierte 1TB-Festplatte und einen USB-Anschluss, eigentlich sogar zwei, aber ich benutze den Front-Anschluss dann zum Beispiel für meinen USB-Stick, damit ich dann mal schnell irgendwie ein neues Video mir dann direkt anschauen kann. Das wird dann auch relativ schnell direkt ins Netzwerk eingebunden und kann dann mit dem Fire-TV-Stick abgerufen werden. Hinter dem Fernsehgerät befindet sich dann mein TP-Link 8-Port Gigabit-Switch. Sehr beliebtes Modell, weil recht günstig und bringt halt die volle Power sozusagen. Kann ich sehr empfehlen, das Gerät auf jeden Fall. Ist, denke ich mal, auch immer noch im Handel erhältlich. Dann ein Stockwerk tiefer ist dann quasi die Schaltzentrale. Mein AV-Receiver von Onkyo, der TX-NR414, ist praktisch schon der zweite, den ich habe. Davor hatte ich den Vorgänger, ich habe ihn jetzt nicht mehr ganz im Kopf, ich glaube, der hieß TX-SR300 irgendwas. Jedenfalls wurde bei dem jetzt ein Netzwerk-Interface hinzugefügt, wodurch man dann zum Beispiel Internetradio hören kann oder auch Spotify. Und man kann das Ganze über ein Smartphone steuern. Das ist ziemlich cool. Ansonsten eigentlich die Standardsachen, diverse HDMI-Eingänge, die ich euch auch später noch zeigen werde, die Upscaling unterstützt ist zwar noch nicht, aber es kann halt 1080p durchschleifen. Ich glaube sogar mit 3D und greift dann halt einfach die Audiosignale aus dem HDMI-Eing-Kabel ab und wandelt die dann eben um in 5.1 und verstärkt das Ganze dann halt einfach. Ganz unten auf dem Boden sind dann meine zwei Spielekonsolen. Das ist zum einen die PlayStation 3 von Sony in der Slim-Variante mit 500 GB Festplatte. Habe ich mir damals im Bundle gekauft mit Heavy Rain, da das ja ein PS-Exklusiv-Titel ist. Und direkt links daneben befindet sich dann die Xbox 360 Elite, auch mit einer integrierten Festplatte von 120 GB. Das war, glaube ich, die erste Elite-Version, die es da gab, zusammen mit schwarzem Controller. Ich habe mir dann dazu noch den roten Game-Controller in der Limited Edition von, ich glaube, Resident Evil 5 noch dazu gekauft. Das ist auch der, den ich standardmäßig nutze, weil der hat einen integrierten Akkupack und halt entsprechendes Ladekabel. Und ich mache auch Let's Plays, deswegen habe ich auch so ein Game-Capture-Gerät hier von Ava Media, der in Game-Capture HD Dark Crystal. Ist auch nicht mehr das neueste Modell, muss ganz noch analog bespielt werden. Aber ich finde, der bringt trotzdem noch eine sehr gute Bildqualität, gerade halt für die Low-Gen- oder Last-Gen-Konsolen eben, da ich ja keine PS4 habe und so weiter, fand ich das jetzt auch nicht so wichtig. Deswegen ist es halt der Game-Capture. Gut, das wäre dann soweit, was ich an Gerätschaften habe. Und jetzt kommen wir dann zu den Anschlüssen und den Verkabelungen. So, Leute, das hier ist die Rückseite. Ich habe jetzt den Tisch mal ein bisschen vorgezogen. Sieht extrem chaotisch aus, aber besser habe ich es irgendwie erstmal noch nicht hinbekommen. Was man hier ja schön sehen kann, ist, dass ich halt irgendwie größtenteils versucht habe, die Kabel hier so ein bisschen zusammenzufügen mit diesem Spiral-Kabelbinder-Gedöns. Es ist eine Mordsarbeit, wenn man sich entscheidet, das zu benutzen. Es ist sehr ordentlich auf jeden Fall. Man muss nur halt zwei Sachen dabei berücksichtigen. Zum einen ist es sehr zeitaufwendig, die zusammenzudrehen. Und zum Zweiten ist es auch schwierig, die wieder abzumachen. Das heißt, wenn man jetzt für PCs das ganze Verbinde zusammen macht und man möchte auf eine LAN-Party gehen, dann muss man das halt alles wieder auseinanderreißen. Da ist es dann nicht so geeignet. Aber hier für so recht feste Installationen kann ich das sehr gut empfehlen. Okay, wir fangen einfach mal hier unten an mit dem Receiver. Wie gesagt, weil der ja quasi alles miteinander vereint. Irgendwie von links nach rechts, wenn man das irgendwie so ein bisschen sehen kann. Hier oben ist einmal der Ethernet-Anschluss. Der ist hier mit dem 8-Port-Gigabit-Switch verbunden. Rechts daneben sind dann die ganzen HDMI-Eingänge. Ich gehe mal hier so durch. Also das hier ist der Anschluss für den PC. Das Kabel habe ich quasi immer so bereit. Es ist nicht ständig angeschlossen. Nur halt, falls mal ein Fall vorkommt, wo ich vom PC aus eben auf den Fernseher ein Bild werfen möchte. Als nächstes ist der WDTV Live. Dann kommt hier der Amazon Fire Stick. Habe ich ja gezeigt, der liegt hier einfach so flapping around the breeze, also ähnlich in der Gegend rum. Und dann haben wir hier den HDMI-Anschluss für die Konsole, die Xbox 360. Dann ist ein Anschluss frei. Der ist vorgesehen irgendwann mal für einen SAT-Receiver, den ich im Moment noch nicht habe. Dann dieses fette Kabel hier. Das ist die PS3. Und zuletzt dann der Anschluss, der zum PC führt. Also quasi voll belegt, wenn man so möchte. Dann hier ist ein optischer Anschluss. Der kommt vom PC. Das ist halt so mein standardmäßiger Anschluss hier für Musik und Videos und was auch immer ich am PC halt mache. Das ist ein 12 Meter langes Kabel. Und ich finde das einfach so super cool. Ich weiß nicht, was soll ich es in der Kamera? Dieses schöne rote Licht, was da rauskommt. Laserlicht. Und wenn man das dann da rein stöpselt, dann kommt da Ton. So. Hier unten ist ein normales Cinch-Kabel. Hier ist das andere Ende dazu. Das nutze ich irgendwie, wenn ich mal so DJ-Mixes mache und so. Also wenn ich halt mal analog Audio brauche. Und es kommt quasi wieder ein Rückkanal durch dieses Kabel hier. Das kann man jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht erkennen, weil das total verdeckt ist von den ganzen Kabels. Das ist der Zone-2-Ausgang oder auch Line-Out. Den kann man auch benutzen, um zum Beispiel einen Tape-Recorder oder einen CD-Brenner oder irgendwas anzuschließen. Oder halt einfach, wie ich das jetzt hier mache, so als Rückkanal eben, um das Audiosignal halt wieder aufzuzeichnen. Und daneben befindet sich der passive Ausgang für den Subwoofer hier. Der Onkyo TX-NR 414 hat nämlich fünf normale Verstärker-Ausgänge. Die sind hier rechts alle verbunden mit Boxenkabeln und eben einen passiven Ausgang für den Subwoofer. Also keinen eigenen Subwoofer-Verstärker, wenn man so möchte. Die Boxenkabel habe ich jetzt hier auch alle zusammen gedrillt. Der Ordnung halber finde ich es auch ganz gut gelungen soweit. Wenn ich jetzt mal so schaue, dann habe ich auch alles soweit durch. Ich habe halt hier noch ein analoges Video, Cinch-Kabel, was vom Fernseher oder zum Fernseher hinführt. Einfach so vorbereitet, sage ich mal, falls ich irgendwann mal vorhaben sollte, zum Beispiel eine PS2 oder sowas an den Verstärker anzuschließen. Denn, wie gesagt, der hat kein Upscaling, also der kann keine Videosignale auf HDMI hoch skalieren, sondern muss es halt auch analog quasi wieder ausgeben. Es ist also so, wie gesagt, zukunftssicher gemacht oder so, wenn ich mal vorhabe, irgendwas Vintage-mäßiges da anzuschließen. So, hier sehen wir die Anschlüsse vom Fernseher. Wir haben einen HDMI-Anschluss natürlich auf HDMI 1, der dann zum AV-Receiver geht. Dann haben wir Komponenten-Anschlüsse, das sind diese fetten hier. Wozu die führen, dazu kommen wir gleich noch. Das ist der Game Capture. Alles noch pure analog stuff sozusagen. Und weiterhin, analog stuff ist auch hier am Side-Port. Da habe ich den normalen AV-Anschluss, sprich Composite und Analog Audio. Der Audio ist aber nicht belegt, also nicht angeschlossen. Den habe ich einfach nur da hinten rein gemacht, damit das da nicht so rumhängt. Wichtig ist halt, wie gesagt, nur der Video-Ausgang für den Fall, dass ich eben mal eine ältere Konsole oder so betreiben möchte. Dann ist hier halt noch das Stromkabel, recht unspektakulär. Kann man nicht abmachen, leider. Ist fest mit dem Fernseher verbunden. Aber gut, Strom braucht das Ding ja sowieso immer, auf jeden Fall. Hier im Bild seht ihr nun die Avermedia Dark Crystal HD Capture Station. Das ist der vollständige Name dieses Gerätes. Ist halt noch sehr ausreichend für die, ich sag mal, Last-Gen-Konsolen, wie zum Beispiel PS3, Xbox 360 oder Nintendo Wii. Und natürlich alles, was noch darunter liegt. Und da ich nur diese zwei Last-Gen-Konsolen habe, fand ich dieses Gerät dann auch völlig ausreichend für halt mal so ein paar Aufnahmen. Jetzt sehen wir hier einmal rechts in schwarz den Stromanschluss. Das sind ganz normale 12 Volt. Links daneben befindet sich dann der USB-Typ B, der dann mit dem Computer verbunden werden kann. Dann, hier jetzt im Bild nicht so gut zu erkennen, haben wir einmal einen Klinkenanschluss. Der ist für einen sogenannten IR-Blaster. Da kann man also so einen Infrarot-Sensor oder Sender anschließen, der dann zum Beispiel an den Fernseher oder an, ich weiß gar nicht, wofür das genau gut ist. Auf jeden Fall kann man damit halt dann theoretisch per Computer irgendwelche IR-Befehle senden. Dann daneben dieses leicht Silber-Leuchtende ist ein HDMI-Anschluss. Das ist ein reiner HDMI-Ausgang. Falls man einen Fernseher hat, der zum Beispiel keinen Komponenteneingang hat, kann man da einfach einen HDMI-Anschluss dran anschließen. Das habe ich selber noch nicht ausprobiert, aber ich denke mal, das wird Plug & Play funktionieren. Und dann sehen wir jetzt einige dicke Stecker, die da in weiß sind, mit leichten Markierungen R, G und B, also rot, grün und blau. Die sind die sogenannten Komponentenanschlüsse. Das heißt, man teilt dort rot, grün und blau, also die Farbinformationen für rot, grün und blau, dann einzeln in einzelne Leitungen quasi auf. Das ist auch bekannt als Y-PB-PR. Ja, und damit kann man dann recht gut ein analoges Videosignal übertragen. Daneben haben wir dann das Ganze nochmal in Farbe. Darunter sieht man jetzt die Anschlüsse von der Xbox 360. Die Kabel sind ein bisschen dünner, aber noch deutlich ausreichend. Man kann damit dann auch Auflösung bis 1080i erreichen, angeblich mit 60 Frames. So, was ich hier euch jetzt noch zeige, ist das Kabel für die PS3. Das hat man jetzt leider nicht so gut gesehen. Das ist sehr dünn. Es war halt sehr günstig und da merkt man leider schon, dass beim Bild dann leichte Verschiebungen vorkommen. Aber, naja, gut, zum Aufnehmen reicht es jetzt so einigermaßen. Gut, ja, wie gesagt, in dem AvaMedia befindet sich ein Encoding-Chip für H.264. Das ist halt so ein Codec, der auch im Internet sehr verbreitet ist, weil der HD-Inhalte halt sehr weit runter komprimieren kann. So, ich habe das jetzt ein bisschen nach vorne geschoben, da kann man jetzt das HDMI besser sehen. Ja, und als ich die Aufnahme zuletzt gemacht habe, habe ich festgestellt, dass der sogar mit 60 Frames pro Sekunde aufnehmen kann. Das finde ich ziemlich krass. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich so ist. Also 30 Frames auf jeden Fall, aber 60, das ist schon echt nicht übel. Trotz 1080i natürlich, was man ja berücksichtigen muss an der Stelle. So, hier haben wir noch die Rückseite von dem Gigabit-Switch. Bei meiner TV-Anlage ist fast alles verdrahtet, also vernetzt. Außer dem Fernseher, habe ich ja schon gesagt, das unterstützt ihr leider nicht. Hier der blaue, das ist einfach die Verbindung zu meinem WLAN-Router. Dann haben wir in blau fürs WDTV-Hub. Dieser schönen graue hier, dieser typische IT-Netzwerkstecker, der führt zur Xbox 360. Dann der gelbe zum AV-Receiver. Und der hier, der lustigerweise original von der Xbox stammt, ist mit der PS3 verbunden. Die PS3 hat zwar integriertes Wi-Fi, wie man ja vielleicht weiß, aber ich habe mir gedacht, wenn ich sowieso schon alles hier mit Netzwerk mache, dann kann ich die PS3 natürlich auch direkt anschließen. Damit wäre dann praktisch nur noch der Amazon Fire-TV-Stick, der halt leider keinen Netzwerkeingang hat. Der muss dann eben über 5 GHz WLAN betrieben werden. Gut, damit wäre ich dann auch durch mit den ganzen Kabeln. So, zum Abschluss demonstriere ich euch noch kurz, wie ich quasi TV schaue. Nichts groß Spektakuläres. Also zum einen nutze ich natürlich Instant Prime, Instant Video. Unter anderem hier Doctor Who. Sehr coole Serie auf jeden Fall. Dann habe ich hier diese zwei Apps. YouTube und Kodi. Die YouTube-App kann man einfach quasi über Amazon, wie wenn ihr bei Amazon irgendwas bestellen würdet, könnt ihr euch diese App auf euren Fire-TV oder Fire-TV-Stick installieren. Bei Kodi ist das ein bisschen komplizierter. Da kann man das zwar auch sehen auf dem Shop, aber es wird gesagt, es würde nicht unterstützt. Aber wie ihr seht, es wird unterstützt. Mit ein wenig Komplikationen. Also man muss die App quasi über ein spezielles Programm, übers Netzwerk quasi installieren. Und dann kann man die App über WhatsApp, ähm, WhatsApp sag ich schon, über Amazon kaufen. Also kaufen in Anführungszeichen, weil es kostet ja nichts. Und dann hat man quasi das Symbol und kann direkt in Kodi einsteigen. Kodi, wer es jetzt noch nicht weiß, ist XBMC, Xbox Media Center hieß es früher. In der Version 14, die jetzt praktisch endlich mal umbenannt wurde, da sie ja garantiert nicht mehr nur für die Xbox gedacht ist, sondern für Linux, Windows, Mac, Raspberry Pi und eben auch den Amazon Fire-TV in Anführungszeichen. Nicht offiziell, aber man sieht ja, es geht. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Videos draufgehe und auf Dateien, dann habe ich hier schon so eine Liste. Aqua habe ich meine externe Festplatte genannt, die an meinem Netgear-Router dranhängt. Zusätzlich habe ich das Ganze hier als Media-Server nochmal. Über den Netgear-Router. Das liegt halt daran, dass es manchmal zum Beispiel ISO-Dateien von DVDs oder so gibt, die man gesichert hat natürlich, weil man sie selbst natürlich auch besitzt, die über den Media-Server halt nicht angezeigt werden. Deswegen muss ich da quasi die Festplatte so nochmal auswählen. Und Corsair hier ist zum Beispiel der USB-Stick, der am WDTV Live-Hub hängt. Und zuletzt WDTV Live-Hub auch einmal als Media-Server und einmal als direkter Festplatten-Zugriff. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Ultra-Server draufgehe und es dauert halt ein bisschen, weil die Festplatte jedes Mal hochfahren muss oder auch einfach keine Verbindung besteht. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel einfach mal Aqua auswähle, dann habe ich hier so eine Übersicht über Sachen, die da drauf sind. Und ich habe hier einen Ordner erstellt namens Demos. Und da kann ich zum Beispiel jetzt Fire-TV-Stick starten. Und dann seht ihr, da läuft das gute alte Video. Ich kann hier dann auch schön ein bisschen vorspulen. Zack, dann kann man sich das Ganze im Schnelldurchlauf nochmal anschauen. Was ich bei Cody ganz cool, manchmal aber auch eher nervig finde, ist, dass das Video quasi, also ich kann es wieder auf Play drücken, im Hintergrund weiterläuft, während ich mich weiter hier im Menü bewegen kann. Das ist halt nur doof, wenn man versehentlich auf die Zurück-Taste drückt, dann muss man quasi das Video nochmal neu starten, weil ich keine Ahnung habe, wie man aus diesem Menü wieder ins Video reinkommt. Also zumindest mit der Amazon-Fernbedienung. Wenn das irgendjemand weiß, kann das mir auch gerne mal... Ach, guck mal hier. Ach! Okay, habe es gerade rausgefunden. Sehr gut. Gut, das wäre also das. Über die Home-Taste kommt man dann quasi wieder zurück ins normale Amazon-Menü. Und ja, das wäre es dann eigentlich soweit. Und damit habe ich euch dann mein TV-System gezeigt. So Leute, das war jetzt also mein TV-Setup. Ihr habt gesehen, ich habe noch nicht mal einen Sat-Receiver oder irgendwie anderes, um klassisches Fernsehen zu gucken. Ich lebe eher davon, dass ich eben Video-on-Demand gucke, wie zum Beispiel Amazon Instant Prime Instant Video. Mann Gott, das ist echt ein blöder Begriff. Ich fand es besser, als es Love-Film hieß. Und natürlich YouTube. Und deswegen habe ich zum Beispiel immer noch meinen WDTV-Live-Hub und zusätzlich dazu jetzt auch den Amazon-TV-Fire-TV-Stick, um dann eben auf solche Geschichten zugreifen zu können. Und zusätzlich dann natürlich auch meine eigenen Videos auf meinen Media-Festplatten anschauen zu können. Und das Ganze ist dann eben mit dem On-Cure-Receiver verbunden, damit ich das Ganze recht easy dann mit der Fernbedienung umschalten kann. Und bis auf die Geschichte mit dem Game Capture ist das Ganze auch natürlich digital über HDMI realisiert, um da natürlich keine Verluste zu haben. Ja, wenn euch das Video jetzt hier gefallen hat, dann würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr Daumen hoch und runter gebt. Ich hoffe, auch der Robert, der den Kommentar geschrieben hat, wurde damit auch bedient. Und weitere Kommentare sind natürlich auch gerne gesehen. Und wenn ihr noch weitere Videos von mir sehen wollt, wäre es natürlich cool, wenn ihr diesen roten Button drückt, der sich unter dem Video befindet. Da steht Abonnieren drauf. Und dann kriegt ihr immer die neuesten Updates zu meinen Videos. Bis dann. Nee. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.